Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an JCC 2020, die Bewertung der Gruppe A. Ja, ist gestern rausgekommen. Ich war allerdings gestern Abend grillen und habe das ein oder andere Pinnchen getrunken. Deswegen entschuldigt bitte vielleicht, wenn ich eine andere Sprachausdauer habe oder so. Ja, wir schauen einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, wer weitergekommen ist. Und danach schauen wir uns die vier neuen Runden an. Wir fangen an. Let's go, Freunde! Ich bin echt gespannt. Also ich tippe auf Sensory, also Sensory auf jeden Fall. Und dann entweder ProfitAndy oder BNY nicht, würde er auf ProfitAndy tippen, glaube ich. Also hier Tommy Trapid und so würde ich gar nicht denken. Wir durften die erste Gruppe der Corona-Cypher genießen und es war eine sehr stabile Gruppe. Vielleicht erweitert sich der Horizont noch für Leute, die ausschließlich in die Fresse-Rap feiern können. Denn wir haben dieses Jahr viele junge Talente dabei, die das Niveau dieses Turniers auf ein bisher unerreichtes... Da läuft gerade übrigens... Sorry, das ist Julien unterbrecher. Da läuft gerade der Beat von Nirvana-Siekers im Hintergrund. Heute bring ich dich um. ...bei, die das Niveau dieses Turniers auf ein bisher unerreichtes Level bringen. Und das ohne, dass Asoziale an die Fresse-Rap dabei zu kurz kommt. Sondern sie sorgen einfach nur für eine nie zuvor dagewesene Vielfalt. Aber fangen wir an mit dem, was wir kennen und lieben. Hey, f*** deine Mutter! Es ist schon die ganze Woche... Lol, er schneidet sogar jetzt auch schon hier die Dinger raus wegen Werbefreundlichkeit und so. Läuft auf jeden Fall. Hamstergeld, lol. Klar, dass Sensory weiterkommt. Deswegen ist das auch für niemanden eine Überraschung. Und ich kann mir sparen, hier irgendwie zu versuchen, irgendwelche Spannungen aufzubauen. Der Junge ist Epilepsie auf Beats. Sensory hat Tollwut oder sowas. Ich bin mir zu 98% sicher, dass er beim Einrappen seines Tracks Schaum vorm Mund hatte. Das muss an der zweiten Autobatterie an seinen Eiern liegen. Ich weiß nämlich aus zuverlässiger Quelle, dass er sich diesmal an jedem Ei eine Autobatterie anschließen lassen hat. Unser Konto auf dem Minus, wir haben Hausverbot in Spielos. Aber eine Frage wirft sich bei mir auf. Ja, er hat schon Power in der Stimme. Er haut da richtig Druck in den Beat rein. Das ist schon geil für Leute, die das feiern. Er sagt, sie hätten Hausverbot in Spielos. Wie schafft man das? Spielos leben doch dafür, jeden bis auf die Unterhose auszunehmen. Und es sollte sowas überhaupt nicht geben. Wie dem auch sei. Oh, Julien hier. Julien ist dieses Jahr so sozial. Julien ist so sozial. Aber er hat ja eigentlich recht. Vielleicht hat er selber irgendwie Probleme mit Spielos oder so. Oder Bekannte oder sowas. Hat er recht. Ist Real Talk, Leute. Für alle, die immer die Spielos und so feiern. Ist nicht cool eigentlich. Bekommt auf jeden Fall schon mal 10% extra für die Energie seiner Autobatterien. 10% extra für das Ich-Deine-Mutter-des-Jahres. Deine-Mutter! So genial, wie er das rüberbringt. Sollte der ein oder andere von euch sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ihm seine Mutter anzubieten. Das wäre nur fair. Wir sind blau, so wie der Avatar. Schneller noch, hey, Zalabar. 030 Berlin, wir sind connected bis nach Malaga. Ha! Ich hab Kontakte. Kontakte, 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 Kontakte. Yeah! Ich hab Kontakte, 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 Kontakte. Was die Hook angeht, so scheint es, als hätte er Kontakte. Er hat so viele Handynummern, dass er gleich zwei Handys braucht, um alle abzuspeichern. Nicht die beste Hook diese Woche, aber schön für ihn, dass er Kontakte hat. 10% gibt es noch für das spektakuläre Ende seines Videos. Schön zu sehen, dass er genug Kraft hat, ein Mikrofon umzuwerfen. Sensory ist damit absolut konkurrenzlos auf Platz 1 diese Woche und der erste, der ins Achtelfinale einziehen darf. Amstergeld ist wahrscheinlich das von den Downloads, würde ich mal sagen. Oder so, keine Ahnung. Bin ja gerade, wie gesagt, ein bisschen verpeilt. Ja, war klar, dass er die 1 ist, ne? Ja, sie rappern, ja, ist keiner so on fleek. Tommy Trappett. Dachte ich mir, dass er auf der 4 ist. Und der Regenmacher sind unser Neuzugang und auch direkt wieder Ausgang. Schade, dass das mit den Mails nicht geklappt hat in der Qualifikationsphase, denn die beiden wären auf jeden Fall nicht auf Platz 31 gelandet und somit auch nicht in dieser Gruppe. Egal, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, da lässt sich nichts mehr machen. Wenigstens hatten die beiden kurz ein Spotlight. Wir haben hier, wie ich finde, die beste Hook diese Woche, den krassesten Style diese Woche, das sich am meisten drehende Video aller Zeiten und die beiden sind on fleek. Vielleicht sieht man sich im nächsten Turnier wieder. Anikia, Hamstergeld ist nicht Downloads. Hamstergeld ist nicht Downloads. Gut, wissen wir es auch schon mal. Ja, Hook kann man als bestes bezeichnen, fand ich gar nicht. Da fand ich die von BNY tatsächlich einfach schöner zum Hören fürs Video. Extra Punkte geben, wäre einfach nett gemeint von Julien. Ich hätte da vorher was abgezogen, wäre er gegen das Video so auf den Sack. Ja, feierbar war es trotzdem auf jeden Fall. Wie gesagt, schade, dass sie es halt nicht als Quali abgegeben haben, ganz normal, wie er es gerade gesagt hat. Und dann hätten sie vielleicht nochmal eine andere Runde gebastelt und wären auch nicht in der Gruppe gelandet. Aber so ist es, wie es ist. Wenn sie nicht auf die Mail geantwortet haben, sind sie ja selber schuld. Aber auf jeden Fall, ja, trotzdem schön, dass sie dabei waren. Und dann sehen wir sie vielleicht beim nächsten Mal wieder. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob er auf der 2. oder 3. ist. Ja, das ist halt wirklich das Spannende gewesen, wer von den beiden kommt weiter. Ich würde es halt beiden, also ihr wisst, also zumindest falls ihr meine Reactions gesehen habt, dass ich Profit Andi überhaupt nicht feiere. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und BNY fand ich ganz nett, musikalisch und so weiter. Deswegen, mein persönlicher Wort würde an sie gehen. Ich verstehe es aber auch voll, wenn ihr Profit Andi feiert und sagt, dass der weiter gehört. Wenn jetzt einer von beiden weiterkommt, werde ich mich definitiv nicht drüber aufregen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, wenn ich dann mal sage, dass ich etwas nicht feiere und mal ehrlich bin einfach und das aber nicht mal hate, sondern einfach nur sage, dass es nicht mein Geschmack ist. Und die Leute wollen ja immer Realness. Ja, die Leute wollen immer, dass man real ist, sich nicht verstellt und so. Und wenn ich das dann mal nicht mache und nicht einfach sage, ja, voll geil, mega, feiere ich übertrieben ab und so. Und dann so tue, als wäre das das Überkrasseste und das so noch in den Titel schreibe, dann überkrasser Gangster oder was auch immer. Dann disliken die Leute das direkt weg. Das Video von die Reaktion zu Profit Andi, 16. ist mein meist gedisliktes Video. Einfach nur, weil ich gesagt habe, dass das nicht mein Geschmack ist. Soweit man etwas nicht feiert, was die Leute feiern, drücken sie stumpf auf Dislike. Das ist einfach schade. Das habe ich auch schon bei ein paar anderen Leuten gesehen, die Reactions machen, wenn sie mal einen Track nicht gefeiert haben. Da wird dann direkt einfach auf Dislike gedrückt und dann wird es gesagt, wie kannst du den nicht feiern? Das ist halt einfach dumm. Entweder ihr wollt halt eine ehrliche Meinung haben oder ihr guckt halt den typischen, ja, Reactor, der alles ultra geil findet und nicht einen einzigen Song irgendwie auf seinem Channel hat, wo er ein bisschen was auszusetzen hat. So, keine Ahnung. Zum Schluss kommen unsere beiden Wackelkandidaten, Profit Andi und Bonnie. Ja, ich habe sie gefragt, was dieser BNY-Kram zu bedeuten hat. Bonnie, ja, okay. Und es steht für Bonnie. Bonnie hat einfach mal die selbstironischste Zeile in ihrem Lied. Und zwar, dass sie Millenvorschuss auch ohne Tittenbonus bekommt. Bitch, ich habe einen... Und habe mich damit schon in deiner Schwester verewigt. Profit Andi hat... Moin, Alter, Julian muss ganz schön viel cutten, ne? Wegen Werbefreund nicht geil. Das ist schon krass mittlerweile. ...hat generell die unterhaltsamsten Lines in seiner Runde mit seinem geisteskranken Humor. Auch wenn ich seinen Schwanzgelaber ekelerregend finde. Witzigerweise haben Bonnie und Profit Andi die besten Reime in ihren Liedern. Bei Profit Andi gibt es prächtigen... ...auf Schwester verewigt. Einsam und... ...auf drei Tage Blut. Polizisten... ...auf Titten glotzen. Leider verpennt auf eigenem Bett. Bei Bonnie... ...Tune fehlt der Treiber auf Groove in die Cypher. Millenvorschuss auf Tittenbonus. Profit Andi hat insgesamt aber mehr Reime mit Qualität und bekommt 10% für die besten Reime diese Woche. Was das Soundbild angeht, ist Profit Andi fast unhörbar und Bonnie für ihn in unerreichbarer Ferne. Stimmeinsatz, Harmonie und Klangästhetik ist bei Bonnie einfach am besten diese Woche. Eigentlich spielen die Videos eine untergeordnete Rolle in der Corona-Cypher, aber es ist nun mal Fakt, dass Bonnie das beste Video diese Woche hat. Ja, das Video war schon gut. Auf jeden Fall für Corona... Ach, Corona-Verhältnisse, genau. Für JCC-Verhältnisse auf jeden Fall sehr schön. Für euren Tune fehlt der Treiber. Ich bring den Groove in die Cypher. Außerdem stimmt ihre Aussage, dass sie den Groove in die Cypher bringt. Sie hat den besten Groove diese Woche. Profit Andi, also die Kunstfigur, nicht der Junge dahinter, ist einfach der widerlichste Kranke diese Woche. Ja... Bonnie ist weitergekommen. Ich hätte... Ich hätte eigentlich fast gedacht Profit Andi, aber ich denke mal, sie hat vielleicht mehr Downloads. Ich hab jetzt nicht gerade drauf geguckt, genau. Ich guck noch mal. Sie hat 81 Downloads und bei ihm waren's... Standst du da schon? Ne, ne. Stand später da, ne? Da, 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 da. Bin wir jetzt so blöd. Ja, er hat 39. Die Downloads haben's gerissen, denke ich. Einfach der widerlichste Kranke diese Woche. Ja, also ich denke mal, viele werden sich natürlich geärgert haben, dass Profit Andi nicht weiter ist, weil den haben halt viele auch brutal gefeiert. Viele haben den aber auch halt komplett überhaupt nicht gefeiert, wie ich halt. So, sorry für alle Fans, äh, von ihm auf jeden Fall. Aber, ich denke mal, er kann auf jeden Fall was reißen, äh, weil er, wenn er einfach seinen Style weiterfährt und vielleicht die Leute, die ihn brutal feiern, die einfach supporten, dann kann er ja was draus werden, ne? Ja, also ich, äh, kann mich da überhaupt nicht beschweren. Ich fand, war eine coole Gruppe auf jeden Fall. Alle haben abgeliefert und, äh, dass Sensory weiterkommt, war ja klar. Äh, ja, und jetzt ist Bonny auch weiter verdient, würde ich sagen. Hier nochmal alle Platzierungen auf einen Blick. Platz 1 und 2 sind im Achtelfinale, Platz 3 und 4 sehen wir hoffentlich im nächsten Turnier wieder. Gleich um 18 Uhr kommt Gruppe B und das sind Donny 4-2, KG, Antti und Gay Butters zusammen mit einem Special Guest, mit dem man, denke ich, nicht rechnen würde. Okay, da bin ich gespannt. Ja, die Runden ziehen wir uns auf jeden Fall gleich rein. Ähm, ich bin halb, muss ich sagen. Also, Antti und Gay Butters freue ich mich sehr drauf. Die beiden anderen habe ich gar nicht auf dem Schirm wirklich. Habe ich schon wieder vergessen, was die Qualis waren und so. Also, ja, nice auf jeden Fall. Ich habe mega Bock, dieses Turnier generell. Ich feiere das einfach, dass wir das OCC haben. Finde ich mega, mega nice. Ist einfach Unterhaltung for free, so. Was will man mehr, ne? Ja, damit würde ich sagen, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst beim Original einen Like da und supportet das Turnier. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Lasst auch hier gerne ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.